Und in Düsseldorf begrüße ich jetzt ganz herzlich Jörg Schieb, geschätzter Kollege des Westdeutschen Rundfunks. Herr Schieb, wie haben Sie das Ergebnis heute wahrgenommen? Hat Sie überrascht, wie deutlich dafür gestimmt wurde? Hat mich nicht überrascht, denn es hat die Vergangenheit schon gezeigt, die jüngere Vergangenheit, dass sie Weichen gestellt waren für eine Zustimmung. Hätte natürlich gut sein können, dass durch die erheblichen Proteste, auch durch die Demonstrationen auf den Straßen in den verschiedenen Städten Europas, der ein oder andere Abgeordnete zum Umdenken hätte bewegt werden können. Vor allem, weil auch die Abgeordneten ja direkt angesprochen wurden teilweise von den Kritikern, von den Leuten, die dagegen waren. Vor allem den jüngeren Leuten hätte auch anders ausfallen können. Aber ich habe eher damit gerechnet, dass zugestimmt wurde, dann auch mit einer klaren Mehrheit, wie es ja jetzt auch geschehen ist. Sie kennen die Szene recht gut, die am vergangenen Wochenende auch ja in vielen Städten und mit einer großen Anzahl diskutiert hat. Da ergeben sich eigentlich zwei Fragen. Warum ist das Theater oder sagen wir mal vielmehr die Diskussion um dieses Thema in Deutschland so viel größer als in anderen Ländern? Und zum anderen, was glauben Sie, was ist dann noch an Spielraum möglich? Also wir haben in Deutschland eine sehr wache, sehr agile Community. Viele Leute, die das Internet sehr gut kennen, sich auch für die Rechte im Internet einsetzen. Da muss man natürlich hingucken. Man darf nicht alles, was man als Freiheit empfindet, auch als Grundrecht verstehen. Also hier wird ja manches durcheinander geworfen. Jede Einschränkung im Internet wird gleich als Zensur gekennzeichnet, was natürlich so Unsinn ist. Also eine Freiheit bedeutet ja nicht, dass man alles frei verwenden darf. Oder dass man einfach Inhalte verwenden darf, die urheberrechtlich geschützt sind, aus gutem Grund urheberrechtlich geschützt sind. Ich höre da teilweise Äußerungen, wie wenn jemand was ins Internet gestellt hat, dann muss er auch damit rechnen, dass die Inhalte einfach kopiert werden. Was ja einfach Quatsch ist. Also ein Foto, das zum Beispiel lizenziert ist und deswegen im Internet verfügbar ist, ist ja nicht frei verfügbar. Das kann der einzelne User aber gar nicht entscheiden. Also fest steht definitiv, dass das Urheberrecht reformiert werden musste und auch reformiert werden muss. Aber es gibt eine große Vielzahl von Möglichkeiten, wie man das tun könnte. Und ich finde, es ist der denkbar schlechteste Weg gewählt worden, nämlich dieses viel zitierte Uploadfilter als Lösungsmechanismus. Das ist der schlechteste Weg, weil die Uploadfilter einfach definitiv nicht hundertprozentig funktionieren können. Wahrscheinlich noch nicht mal zu 50 Prozent funktionieren können. Sie werden ganz, ganz viele Fehler machen, weil sie Satire nicht erkennen können, weil sie Zitate nicht erkennen können. Sie können auch nicht sehen, ob ich zum Beispiel mein eigenes Foto hochlade in einem Video und verwende. All das wird für eine Menge Chaos sorgen und das wissen eben sehr viele Menschen, die im Internet unterwegs sind in Deutschland und deswegen auch sehr lautstark dagegen protestieren. Also Zensur ist es nicht. Es ist aber ein erheblicher Einschnitt in die Freiheiten, gar keine Frage und vor allem kein richtiger Weg, um das Problem zu lösen. Also da haben die Urheber nicht den Vorteil, den sie haben sollten. Da gibt es andere Mechanismen, die deutlich besser funktionieren würden. Jetzt sollte es heute ja oder soll es heute ja schon spontan Demonstrationen geben. Wie glauben Sie, wird sich diese Diskussion gerade in Deutschland weiterentwickeln? Sowohl Katharina Barley als auch Angela Merkel sind ja nicht besonders glücklich über den Ausgang jetzt dieser Entscheidung. Sie sind nicht glücklich, das mag sein, aber sie hatten ja auch vorher schon Gelegenheit, aktiv zu werden. Das haben beide versäumt, sowohl Merkel als auch Barley. Barley in der Tat würde, glaube ich, wenn sie die Wahl hätte, Upload-Filter nicht einführen wollen. Aber sie hätte ja was unternehmen können. Im Koalitionsvertrag steht ja übrigens auch, dass Upload-Filter ein unangemessener Einschnitt wären. Trotzdem hat die Koalition nichts unternommen dagegen. Also was kann man jetzt machen? Die Nationalstaaten müssen das Ganze ja noch bestätigen und auch in nationales Recht gießen. Von daher gibt es noch zwei Möglichkeiten, etwas zu unternehmen, sozusagen zur Besinnung zu kommen und alternative Möglichkeiten voranzubringen. In Deutschland zumindest, damit die viel gehassten und befürchteten Upload-Filter dann doch nicht kommen. Diese Möglichkeit besteht. Ich bin allerdings nicht allzu optimistisch. Denn eins darf man nicht vergessen. Die Politik sowohl in Berlin als auch in Brüssel hat in den vergangenen Wochen einen ganz großen Fehler gemacht. Nämlich den Leuten, die dagegen waren und gute Gründe hatten, nicht zugehört. Die teilweise sogar diffamiert. Das ist das Gegenteil von Diskurs. Also das war sehr arrogant. Und das führt natürlich auch zu dieser Emotionalität bei den Kritikern, die zu Recht sagen, also die verstehen uns ja gar nicht im Detail, was das Technische anbelangt. Aber auch was unsere Emotionalität anbelangt, was unsere Bedürfnisse anbelangt, fühlen wir uns nicht verstanden. Und diese Aspekte kann ich schon nachvollziehen. Und das könnte sich für die Koalition durchaus zu einem Bumerang entwickeln, wenn im Mai Europawahlen sind. Denn ich habe den Eindruck, dass viele eins ganz sicher nicht tun werden, die Koalition wählen, weil sie eben denken, sie vertreten nicht unsere Interessen. Also da muss jetzt ganz dringend was passieren, wenn man vermeiden möchte, dass das zu einem ganz großen Problem bei den nächsten Wahlen wird. Herzlichen Dank, Jürgen Schieb für die Analyse.